Kiew heute am frühen Morgen. Sirenen heulen. Die Lage ist dramatisch. Russische und ukrainische Streitkräfte kämpfen um die Stadt. Präsident Zelenskyj betont seinen Durchhaltewillen und richtet sich in einer Videobotschaft an sein Volk. Die Lage ist, unsere Armee und die die Evaküation. Ich bin hier. Wir werden keine Arme nicht schlagen. Wir werden unsere Lande schlagen, weil unsere Arme ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es unsere Lande, unsere Lande, unsere Kinder, unsere Kinder. Und wir werden alles zu schlagen. Das ist alles. Das ist das, was ich wollte Ihnen sagen. Schlauhe, Ukraine! In der Nacht waren immer wieder Schüssen und Explosionen in der Hauptstadt zu hören. Zelenskyj hatte zuvor gewarnt, es werde eine entscheidende Nacht sein. Aber noch hat die russische Armee Kiew nicht erobert.